Hi, mein Name ist Hikmat Abdullah, ich bin aus dem Irak. Ich bin ein Professor in der Nahrin-Universität, wo liegt in Bagdad. Ich würde gerne begrüßen alle Arbeiterinnen und Arbeiterinnen und Arbeiterinnen von Buhn-Rhein-Zieg-Universität von Applied Sciences für die 25. Die Geschichte mit der Universität könnte sein anders aus den anderen. Ich bin in dieser Universität als Professor für die erste Mal in 2008. Ich bin in der Nahrung von DAAD für drei Monate lang. Die Kind-Host-Professor war Alejandro Balenzuela in der EMT. Die Besuchung war sehr erfolgreich und die Zusammenarbeit führt zu einem zwei Jahre lang in 2011. Mit meiner Erfahrung in der Universität, habe ich so viele Dinge bekommen. Ich bin in Kontakt mit der Technologie modernisierend durch die Universität der Universität entwickelt. Ich bekomme die Erkenntnisse in meine Disziplin durch die Professionelle der Universität der Universität. Ich bekomme die Erkenntnisse über die Interaktion, nicht nur mit der Kultur Deutschlands, sondern auch mit vielen anderen Kultur. Ich verstehe die Geheimnisse der Erfolg in der Planung, der Regierungschefung und der Verzweifung, durch die Verzweifung mit einem Modell der Einrichtung der Verzweifung für die Gesellschaft. Along 12 years of joint and continuous cooperation with the university, including joint research, joint supervision, joint teaching and academic visits, they helped me to promote my career in my home university, upgrade my scientific title, increase the quantity and quality of my publications, create many links with recognized and nice people. Great thanks to Fakhakhshul Leporeinzik and all its kind stuff for everything. Auf Wiedersehen.